Hallo und herzlich willkommen bei tipptabtube zu diesem neuen Video. Heute machen wir was richtig cooles, beziehungsweise es könnte auch ein bisschen doof werden. Hey, wieso fangt ihr noch mit mich an hier? Wenn ihr was richtig cooles macht, dann wird das ein Video für mich? Für meinen Kanal? Nee, nein, dann das... Für Adi Online, da sind richtig coole Videos. Bei echt sind die viel cooleren Videos, also gerne mal vorbei an der Stelle. Aber ich würde sagen, heute werden wir über ganz viele Sachen fahren mit dem Auto. Wer fährt eigentlich? Darf ich fahren? Ich fahr. Auf jeden Fall werden wir, bevor es losgeht, uns ein paar Sachen raussuchen. Und zwar werde ich aus Ash Zimmer was klauen und dann werden wir darüber fahren. Also, vielleicht werden wir... Also, eigentlich hast du es ja... Hilfe! Ich werde überhaupt fahren, Leute! Und Ash darf sich was aus meinem Zimmer raussuchen. Ich hoffe... Okay, das bist du. Du wirst dich darüber fahren. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir suchen uns mal kurz ein paar Sachen raus. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die neben den beiden Sachen sind, natürlich. Und dann würde ich sagen, wird es richtig cool. Lasst einen Daumen oben da, falls ihr noch mehr davon sehen wollt. Und vergesst nicht den Kanal kostenlos abonniere. Ich würde sagen, Ash, möchtest du anfangen mit ein paar Sachen raussuchen? Ja, ja. Perfekt. Los geht's! Nee, das war anders geplant. Und zwar gibt es heute die Vorwärts- oder Rückwärts-Challenge mit dem Auto. Und das wird so ablaufen, dass vor- und hinter dem Auto Sachen liegen. Und ich werde welche von Ash nehmen. Äh... Er klaut deine Sachen gleich! Oh, schnucki. Warte mal, warte mal, kommt hier mal zurück! Wieso? Wann wir mich von Ash nehmen? Nee! So, was gibt's hier so Schönes? Ah, der Fernseher, das ist doch gut. Oh mein Gott, was ist mit dein Play-Bud oder der PS4? Oh, die PS4. Hallo, warum stehst du mich hier? So, ich finde, ähm... Die Dartscheibe, die nehme ich mir mal mit. Nein, die Dartscheibe! Nein, 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 nein! Äh, guck mal! Hallo, geh mal ab! Oh mein Gott! Ja, aber guck mal, du hast da so viele Löcher in der Wand damit, weil du nie triffst. Deswegen nehme ich die auf jeden Fall. Ey, ich nehme noch ein paar mehr. Guck mal, es ist mein Wand an! Ich war vorher doch schon so, okay? Ja, jetzt wird's nicht triffst. Das stimmt was! Ähm, ähm, ich nehme noch ein paar andere Sachen jetzt hier mit. Wo ist dein neues Handy? Gut verstanden. Wenn du was mal nimmst, nehme ich auch was auf dein Zimmer. Bevor du das machst, wo ist dein neues Handy? Weiß ich nicht. Wo ist dein Handy versteckt? Mann! Da suche ich mir noch ein paar mehr Sachen draus. Hey, wir dachten nur drei! Oh, mir ist auch egal. Oh, oh. Max, rette alles, was ich getanzt. Oh, das war mein Zauern auf dem Kopf! Sie zu! Ah! 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 Freundchen! Du kannst direkt wieder runter gehen! Ja! Du kriegst hier nichts! Doch! Was nehme ich denn? Nein! Nein! Pack die wieder zurück! Nein! Pack die, die Airpods! Pack die zurück! Wie kannst du direkt... Pack die zurück wieder! Nö! Doch! Was hast du denn? Nein! Warum? Ah, ich glaub, ich hab nur... So, Airpods reicht so! Stopp! Ah! Fertig! So, sieh zu! In drei... Ja! So, Max, und ich nehme jetzt deinen Merch! Und ich den ganzen Karton, oder? Sag mal... Was ist neuer Merch, oder? Du kannst alles? Ja, das ist der Ding, der niemand gesehen hat übrigens. Der hat doch niemand gesagt! Hat doch niemand gesehen! Rückseite! Sieht sich echt geil aus! Und auf dem Arm steht übrigens auch echt so! Also nicht kaufen... So, oder so, oder so, oder so, oder so, oder so, oder so. Wenn wir das original verkaufen, sollen wir so ein neuer Look mit, ähm, hier Autospuren drauf! Autoreifen drauf! Wir packst direkt wieder rein! Guck mal, ich such dir irgendwas Alters von mir raus! Okay? Guck mal, hier ist noch ein Style, Leute! Ich kann hier... Oh man, Ash, ich pack den mal! Hier ist noch mal! Hier die Rückseite neu! Und hier haben wir der Arm! Echt so! Das kann ich nicht weggeschickt werden! Und dann nehmen wir das... Was? Das brauchen wir nicht! Das... Nimm jetzt den Pulli mit und warte! Ja, den ist zu langsinnig, ne? Ja, und vor allem... Vor allem wird es so nie geben, also... Achso! Ich würde den nehmen! Den würde es so geben! Den nehme ich auch! Nein! Was nimmst du den und machs weiter! So, und was nehme ich denn noch? Der Putz! Der erst, mach mal Hände! Mach mal Hände so! Nein! Mach mal so mit beiden! Was sehe ich hier? Nichts da! Nichts vom Schreibtisch! So! Da ist dein Handy! Massives Glas, würde ich sagen! Max! Es ist ja nicht in mein Zimmer! Max! Du hast gesagt, du musst mein Zimmer klauen! Upsi! Du hast doch gesagt, du musst mein Zimmer klauen! Nein! Nein! Das ist meine allererste Kamera! Ja! Oh! Und merkst du was? Du hast... Mein Handy lag übrigens nicht in meinem Zimmer, sondern in deinem Zimmer! Ja, das ist deins! Es reicht mir! So, jetzt fahren wir mit dem Auto! Uh! Ja, ich fahr! Was? Wo fahr ich rüber? Was? Wo fahr ich rüber? Komm! Wir müssen... Lass es! Es ist echt mies, aber... Nein! Nein! Lass mein Fuß gut! 2! So, ich würde sagen, jetzt gehen wir damit raus! Und dann... Drüberfahren! So, let's go! Komm! Und wir sind jetzt hier! Stopp! Warte! Also... So! Ist an! Und ich würde sagen, jetzt kann es losgehen! Also, Leute! Seid ihr bereit? Falls noch nicht getan haben, lasst es doch mal oben da! Also, da ich natürlich... Da ich natürlich... Als erstes genommen habe, würde ich sagen, fangen wir damit an, dass ich mir was ausdrücke! Edge kann zum Auto gehen! Ähm... Wir nehmen einfach was von ihm! Wir kommen einfach als Auto! Fuck! Tschüss! Tschüss! So, ich würde sagen, als allererstes... Nehmen wir die Dartscheibe! So, jetzt war es, dass wir die Dartscheibe nehmen! Allerdings... Weiß er nicht! So, Augen zu! Augen zu! Ohren zu! Alles zu! Nicht gucken! Allerdings weiß er nicht, ob das jetzt vorm Auto... Also... Ob das jetzt vorm Auto oder hinterm Auto ist, also? Vorm Reifen oder vorm... Ja, genau! Vorm Reifen, hinterm Reifen! Genau! So, ich würde sagen, wir legen einfach mal hin! Achso, übrigens! Auf die andere Seite... Da, wo nicht die Dartscheibe ist... Packen wir nochmal... Das hier hin! Damit wir auf jeden Fall über irgendwas rüberfahren! Nur weiß er es nachher nicht! Voll die Überraschungseierverschwendung! Jetzt weiß doch jeder, was das ist! Man, gleich ist er pscht! So, ich würde sagen, wir packen... Esch, Augen zu! Ne! Auch jetzt! Augen zu! Wir sagen, hier... machen wir Dartscheibe hin! Und hier... machen wir Überraschungseier hin! So, okay! Oh, das ist schön! Das liegt ja richtig! Ist cool, ne? So, Ash! Hey, Ash! Hey, Ash! So! Wo möchtest du, dass Papa hinfährt? Da vorne? Oder nach hinten? Stehen bleiben am besten! Ja! Eins musst du machen, auf jeden Fall! Vorwärts oder rückwärts? Ähm... Ähm... Drei! Zwei! Eins! Okay, rückwärts sollts gehen! Okay, Alter, es ist hell hier, meine Güte! Okay, Papa, bist du bereit? Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Kannst losgehen! Oh, 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 oh! Oh! Fährst du schon? Oh, oh, oh! Kleiner Tipp, Ash! Das ist deine Dartscheibe! Ha, 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 ha! Jawoll! Ey, der ist kass, das ist heil! Hä, nochmal vorwärts fahren jetzt bitte! Die ist heil! Noch ein paar mal vor und zurück fahren! Nein! Nein! Das war's halt so verhauen! Ja, oh! 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 Lecker! Dartscheibe! Na, was sagst du dazu? Wieso hast du das gemacht? Super! Oh, er steht einfach noch drauf! Oh mein Gott! Okay, ich glaube, rausholen kannst du den nicht... Oh, Ash! Nein! 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 So, ich würde sagen... Oh, jo! Warte mal kurz! Oh, Glück ab, Ash! Die ist doch halb unter dem Reifen! Guck mal, die funktioniert noch! Hätte ich nur ein bisschen schmutzig geworden! Wie krank! Wie krank! Ich dachte auch, die wäre krank! Aber ich würde sagen, Ash! Cool! Jetzt kannst du dir eine von meinen Sachen rausholen, okay? Darf ich wissen, was? Nein! Was fällt nicht vorne? So, Leute, ich nehme jetzt! Was kommt jetzt? Äh! Was schönes! Wie, was schönes? Was denn? Was richtig schönes! Was denn? Raten wir nicht! Oh! Max, ich sag dir mit dem Anfangsbuchstaben! Oh! Ah! Ah! Katastrophe! Oh! 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 Ja! So, jetzt Augen zu! Wo mag ich hin? Gleich hast du ja Glück! Wo mag ich hin? Ähm! Die Frage der Fragen! Haben wir nicht eben gesagt unseren Vorderreifen? Nee! Doch! Weil da hinten eine ganze Sotte aus dem Auspuff rauskommt! Achso! Ich habe es nicht unter den Auspuff gelegt! Hinten sah cool aus! Ja, finde ich auch! Ich habe es nicht unter den Auspuff gelegt! So, geht los! Mäuse, weiter! Und? Wo geh ich denn hin? Hinten! 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 Okay! So! Alles platziert? Gut! Okay! Jetzt darf gleich Max einmal Kommando geben! Ja! Warte! Ida! Okay! Fertig! Fertig! Ja! Okay! Muss doch Papa hin! Also! Ich würde sagen! Es ist echt! Es ist echt! Das geht hier gerade um die Airpods! Ähm! Es ist echt egal was ich sage! Oder also! Der Boden ist sowieso so weich! Die werden da bestimmt reingedrückt! Also! Ich würde einfach sagen! Äh! Aber du fährst einfach mal nach! Ey! Das ist echt schwierig! Das geht ja um die Airpods! Das ist voll fies! Das ist echt fies! Fahr nach vorne! Fahr nach vorne einfach! Oh oh! War das eine gute Entscheidung Max? Das ist ein bisschen zu klein! Aber du gibst nochmal Gas! Rüfe! 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 Knack! Staub! Vorne! Vorne! Zurück! Ach du Scheiße! Auf deinen Airpods ist Nötter aufgelaufen. Der ist Wasser aufgelaufen. Guck dir den Mann an, wie der aussieht hier. Und der arme Mann! Wie hieß der noch mal? Nils Armstrong. Zeig mal! Ich muss sagen... Du musst dem Nervenkissler mit deinem Gas geben vorne, Schnicky. Er schloss da. Jetzt essen wir egal. Er ist, glaube ich, verhärtet Schnicky nach Jahren. Man kann den immer so beziehen wie früher. Das geht nicht mehr. Warum nicht? Der ist anders geworden jetzt. Der ist total hart. Den machen wir kaputt! Den machen wir wirklich kaputt! Den machen wir wirklich kaputt! Zieee! Man konnte jetzt nur noch länger ziehen, oder nicht? Weiß ich nicht mehr. Zieee! Ey! Was ist das denn? Nein, nicht wegschmeißen! Nicht wegschmeißen, nicht wegschmeißen! Weeeee! Oh Gott! Beim Aufprall! Beim Aufprall! Der ist beim Aufprall kaputt gegangen. Ich dachte, der geht nicht kaputt. Ich dachte, der geht nicht kaputt. Ich habe ihn gerade hochgeworfen auf den Boden. Irgendwas verhärtetstes. Schaum? Salz oder sowas, oder? Schlaß mal! Nicht wegschmeißen! Und jetzt! Oh, jetzt ist da was. Der Arm ist auch kaputt! Ich dachte, der geht nicht kaputt. Ihhh! Glimmer! Buh! Warte, komm, das geht noch mehr. Zum Glück ist ja eine Mülltonne. Komm, das geht noch mehr. Pass auf! Schleudern nicht hoch! Es geht weiter! Komm! Die nächste Runde! Der Kopf ist zerbrochen! Der Kopf ist zerbrochen! Komm noch einmal! Macht Spaß! Alter! So, wir brauchen das Video, weil wir beide zusammen machen. Ihr entertet das Video hier gerade total. Was ist das? Also, wir können jetzt ja mal ganz kurz die ganzen Teile hier einsammeln. Ja. Aber ich würde sagen, ich weiß auch schon, was ich jetzt als Nächstes... Komm mal mit nochmal. Ich zeige mal, was wir als Nächstes direkt nehmen. Das ist total hart hier. Guckt mal! Ich finde das krass, die haben wir früher nicht kaputt bekommen. Nee. Aber jetzt sind wir im Kriming kaputt. Ja. Okay, ich würde sagen, ich nehme es noch einmal erst Handy. Krass! Das Ding ist ja springend immer. Okay, wo ist das denn? Wo ist das denn? Ja klar! Wo ist das? Warte! Ich sage hier mal nicht, worum es geht. Ich sage hier mal, vielleicht ist ein Ü-Eier. Ja genau, bitte hier. Und was können wir noch nehmen? Kohle? Ja. Wollen wir Kohle mal nehmen? Ja. Eine, eine. Eine, eine. Alle? Nicht. Ich nehme mehrere. Zwei. Ich lege zwei. Ich werde auch noch mal getrinken da vorne. Nee. Okay. Okay. So. Ash, bist du bereit? Ja, Ash ist nicht bereit. Wir haben Spaß da. Gehen wir mal rein schon mal? Danke. Zeig mal. Hey. Bein ab, Kopf ab, Arm ab. Krass! Aber ich wusste gar nicht, wie es so aussieht. So, wir wollen weitermachen, Leute. Wir wollen über das Auto fahren. Ab ins Auto! Über das Auto fahren. So, also. Ich habe jetzt hier von Ash tatsächlich, äh... Ah, nee, egal. Ich sag's nicht. So, Ash. Die nächste Runde wird super. Okay. Ich lege wohl. Lege ich das nicht? Die Arme. Wenn du das wüsste jetzt. Warte, wir sind als erstes da hinten gefahren, jetzt eben nach vorne. Ich lege's, weil ich lege's nach vorne. Weil der ist bestimmt hier nach vorne. Was habt ihr? Nichts, nichts, nichts. Cola. Was habt ihr da? Cola. Cola. Soll ich die so machen oder so? Ich würd so niemanden anlegen. Rollen die da nicht weg? Das kann auch sein. Ach, wir kommen ja mal gleich. Gerade davor, na gut. Da unten klemmen. Okay, da unten klemmen. Okay. Ja, gute Idee. Das ist zur Seite des Spritz dann, ne? Okay. Oh Gott. So. Okay. So, Ash. Wo soll die Reise hingehen? Wieder 50-50. Wieder hinten, hinten. Schon wieder? Das erste Mal geht's nicht gut. Sicher, dass du nach hinten fahren willst? Hinten, hinten. Na gut, auf hinten. Hätte er kloppen können, ne? Okay. So, Papa. Warte, warte, warte. Stopp. Stopp. Warte. 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 Kann losgehen. Soll ich noch fahren nach vorne? Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Und los, geh! Ah! 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 Das war's! Ah! Oh! Ich... Ich... Ah! 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 Alter! Ich bin nass! War das Handy kaputt jetzt? Ja, das Handy ist geplatzt. Nein. Das sah so lustig aus. Genau. Oh das Handy kennt auch noch. Dann ist ein bisschen... Ok. Das ist mal heilgebим. Welche? Also auf der Kamera ist irgendwas nass. Jetzt ist es weg. Noch mehr nass. Warte mal. Ja. So und jetzt nehmen wir für Max seine... Ja? C... Was? Kame... Mit C, oder? M... K... K... M... Nein! Nein, 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 pack dich zurück! Komm! Sei Ehrenmann, brauchst du nicht! Und auf der anderen Seite... Willst du uns? Nö, alles gut. Alles gut. Alles geschmarrfreundlich. Ja, okay. Okay. Oh Max, guck weg! Okay. Ich hab Angst! Hilfe! Dann würde ich auch an deiner Stelle. Nein! In die Regeln. Guck mal was er da macht. Er macht sogar die Klappe auf. Vielleicht ist hier richtig ein A. Oh oh. Oh oh. Nichts! Jetzt einmal die Eier. Du hast ein Ei gemopst! Oh mein Gott! Ja! Ich denk mal, mir sei fehlt jetzt eins! Kann das sofort fehlen! Ich hab kein Eier, die ist! Oh! Das gibt's ja gar nicht. Okay. Eins konnte er jetzt retten. So, okay Max. Du darfst jetzt entscheiden. Alles klar. So, echt, warte kurz. Warte ganz kurz. Ich geb dir mal mein Handy. Genau, zum, äh... Slow-Motion-Filmen. Genau. Einfach gleich so und dann draufhalten. Okay. Also ausstehen. Kannst du das machen? Ist an? Ist an. Okay, also ich würd sagen... Papa, bist du bereit? Ich hab keine Ahnung. Hast du keine Ahnung? Ich weiß nicht. So, ich würd sagen... Okay, willst du vorwärts oder rückwärts? Ich würd sagen, ähm... Ey, wieder vorwärts. Wie ist die Lieblingskamera? Vorwärts. Das war meine erste Kamera. Ich würd sagen, vorwärts, ja. Okay. Moisi, du musst näher ran. Ja. Viel näher ran. Ganz nah ran. Hinhocken bitte. Da passiert ja nichts. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ach! Ey! Vorwärts, soll ich dich? Ja! Oh oh! Nein! Da war ein Hockwärts! Nein! 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 Du hast drei Eier kaputtgemacht. Nein! Der Wagen ist erst rückwärtsgerollt. Da konnte ich nichts für. Die drei Eier sind kaputt und die kämen jetzt auch. Nein! So sieht also... Ne Kamera von den Namen. Da war wohl keine Speicherkarte mehr dran, oder? Nein! Nee! Oh oh! Rest in Peace! Komme ich ne neue? Komme ich ne neue? Ey! Man muss was Spaß bringen, ne? Ja, irgendwas kaputt zu machen, ne? Oh, hallo! Schluss jetzt! Sag mal, was ist denn jetzt hier? So, sehr auf! Die Rose rumschwingen! Soll ich auch mal so sich gegenwerfen? Ja, schau auf! Ey, 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 ey! Da ist ne Akku drinne! Was ist denn? Der Akku muss raus. Der Akku muss raus. Ich wollte wieder farschen, oder? Ich wollte mal den Akku her. Ich will schon aufnehmen. Ja. Kleines Glas auch nochmal aufnehmen. Ey! Das muss für Null. Das kriegt der so zurück. Ah, ich weiß was! Du bezeichnst mir die Kamera und ich die Handyreparatur. Ja! Nein! Haha! Perfekt! Also, ich versagen wir sind fit. Was? Die Kamera hat sowieso fast gar nicht gekostet. Doch! 100 Euro! Ja, wie viel kostet die Handyreparatur? Wenn jetzt hier die fast Schrott ist. 100 Euro! Ja, dann machen wir es so! Perfekt! Kann man auch gleich sein lassen. Also, ich würde sagen, ey! Du gehst jetzt direkt erstmal wieder rein. Du gehst mal rein. Schnell! Jetzt irgendwas richtiges Fettes nehmen einfach. Aber so richtig! Also! Ich würde sagen wir legen es einfach längs hin. Okay? Ja. Das haben wir voll rüber erfahren. Allerdings würde ich sagen... Was nehmen wir auf die andere Seite? Äh... Eistee. 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 Selterfasche. Selterfasche. Hey! Ich weiß noch eine offene. Selter! Ja! Selter! Wasser! Mit Kronensäure versetzt. Okay. Äh... Kurz überlegen. Eben war vorne? Nee. Doch vorwärts. Weg gucken! Hier guckt keiner! Er sitzt da in der Ecke. Er sitzt in der Ecke und Bein! Das kann doch richtig schicken! Okay, Esch! So hin! Vorwärts oder rückwärts! Ich bin gespannt! Vorwärts! Vorwärts! Vorwärts, sagt er! Alles klar! Aber bist du bereit? Let's go! Jo! Geh los! Nein! Oh, oh! Er spuckt sogar noch! Oh! Oh! Ah! Oh! Alter! Alter! Ah! Junge! Oh! 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 Das raucht! Gleich ist der Rachen kaputt! Das raucht! Papa! Oh! Oh! Das war's! Kaputt! Das ist schrot! Das Ding raucht! Man kann ja sagen, was man will, aber... Das war's! Ob das doch funktioniert? Nein! Mach mal an! Da braucht man einen Strom für! Ah! Läuft nicht mit Akku! Aber... Also läuft jetzt gar nicht mehr! Okay! Wir sind quitt, ne? Kaputt! Wollen wir noch eine Runde machen? Wir haben noch eine Runde, glaube ich, offen! So! Das räumen wir kurz wieder ein! Und dann... Oh, jo! Das ist ja richtig zerstört! Wir können mal kurz gucken, wie's von inna aussieht! Ist ja lame! Ja, komm! Nehmen wir uns mit! Ey! Die Klauen wir uns raus einfach! So, ich würde sagen... Weiter geht's! So, und ich nehm jetzt... Seinen Merch! Und den... Das ist ja noch nicht öffentliche Merch! Hier bin ich drauf gespannt! Wieso da drauf? Ja, wenn du da rüber fährst, dann mach das ja ganz schön... Platsch! Oh, bitte über den ISD, bitte! Sehr viel Platsch! Bitte über den ISD! Hier passiert nichts, man muss das nur waschen! Stimmt! Oh! Bitte über den Merch! Bitte über den Merch! Okay, ähm... Wie mach ich das? Der Merch liegt im Merch! Nein! Papa, warte mal beides rüber! Was? Das ist aber gemein! Der Merch liegt hier nicht! Oh ja, soll ich mal das Auto abgewischen mit dem Merch! Ey! Sag mal, spinnst du? Kannst doch nicht machen! Du, das Auto wird geputzt! Ey, los! Nein, das hat man sich nicht geputzt! Äh... Ich hab das nicht geputzt! 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 Und dann muss Max gleich mal sagen, was er möchte! Gar nicht! Er hat's gar nicht ausgesehen! Okay! Stehen bleiben ist gut! Okay! Also... Also was willst du jetzt, Max? Vorwärts oder rückwärts? Hilfe stehen bleiben! Vorwärts oder rückwärts? Stehen bleiben! Jetzt! Ja, okay! Eins, zwei, drei! Rückwärts! Okay! Okay! Na doch mal los! Oh oh! Der schöne Merch! Passiert was? Das ist doch... Genau! Wollen wir da einfach Hardcore fahren, oder? Ja? Das ist echt! Warte, 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 stopp, 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 stopp! Stopp! Du sollst es aufnehmen! Hä, das passiert ja gar nicht, wenn du... Wie soll denn ja beides fahren? Ach so... Ja, ich war in dem Aufwild mit auch rüberfahren! Ja, dann mach jetzt! Mach jetzt! Also jetzt frage ich, ob dann den zu weit nach vorne ist... Ja, genau! Und... Okay, los, weiter! Nein, nein, nicht der Merch! Jetzt der normal! Nein, nicht der Mario! Oh, ey, ihr wollt... Alle, komm! Verarschen, oder? Du musst näher ran! Du musst näher ran! Ihr wollt bitte auch... Oh! Was war denn da? Eine Eistee-Dusche! So! Oh nein! Nein! Weg! Alter! Boah! Junge! Was ist das denn hier? Ein Feudel? Biss! Das ist dein Merchmann jetzt! Ich hab's gerade geratet... Also ich nehme... Das ist doch der ganz neue, den gibt's doch noch gar nicht! Ja eben, deswegen! Also ich... Ich werde zuhause Vanish benutzen... Ja, Max! Keine Angst! Ich krieg den sauber! Oh, ein armes Kind! Armes Kind! Möcht dir jemand den Merch kaufen hier? Ja! 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 Oh! Nein! Man ist hier! Nein! Nein, Spaß! Oh, da hinten ist eine geilere Pfütze! Komm mal mit! Nein! Keine Pfütze! Ey, jetzt sind sie sehr verdammt! Oh, nee! Wohle dir jetzt hin! Hier ist eine geilere Pfütze! Ohohohohoh, lass mal! Guck mal, will ich's noch im Baden gehen? Nein! So, im nächsten Video sehen wir dann, wie Ash mit Handwäsche meinen Pulli wäscht. Ja, genau. Genau. Also, ich würde sagen, war es das auch von uns. Wir haben alles durch, oder? Ja, mein Herz, ey. Ich hoffe, dass man das nächste Mal wieder sauber bekommt. Natürlich kriegen wir den Sau, das ist egal. Ich finde, wir fahren zum Abschluss nochmal über irgendwas rüber. Was? Wir haben noch Eier, die sind heil. Nee, Selterflasche. Oh, Schnucki. Ja, okay, dann nehmen wir die Selterflasche. Das ist so cool, ne? Das liked er. Getränke. Aber darf ich auch ins Auto gehen, sonst bin ich gleich nass. Ich bin jetzt schon nass von der Cola. Oh nein, Schnucki, das geht doch nicht so. Das wird nichts, die wird nicht platzen. Ich würde die anders legen. Wie denn? Quer. Das ist schon gut so, oder? Ja, mal gucken. Und was ist, wenn die hochspritzt oder da rüberspritzt irgendwo? Du musst dich reinsetzen? Ich fahr nicht. Achso. Das sieht ja auch so geil aus. Du musst dich aufnehmen. Ja, deswegen ist das nicht. Ich hab die Arschkarte gezogen. Warte mal. Warten. So raus. Warte. 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 Kann losgehen. Oh nein. Ne. Die rutscht, die rutscht mit. Da fährst du gar nicht rüber. Die rutscht, die rutscht. Warte. Okay. Dann müssen wir vielleicht nochmal Stöcke oder so drunter legen. Ich mach das. Warte. Oh, wie heißt die? Ja genau, Max. Solche kleinen Stöckchen kannst du da hinlegen. Ach, probier's einfach nochmal aus. Okay, probier's erstmal aus. Warte. Warte. Aber wir müssen echt rennen wahrscheinlich, ne? Ja, ist egal. Warte. Ich bin schon nass. Okay. Let's go. Ja, sieht gut aus. Ja, jetzt. Oh, Max, die Platz ist schon auf uns. Ich hab Angst. Die landen schon noch. Ne, Platz gleich und das Auto geht kaputt gleich. Ich hab auch Angst. Ich hab auch Angst. Nein, die überlebt das. Die überlebt das. Ernst jetzt? Ja, im Ernst jetzt. Die überlebt das. Rüber nochmal. Ne, das war's. Die überlebt jetzt weg. Warte. Die überlebt. Die verlieren Luft. Wasser. Ja. Oh ja, da kommt schon was raus. Hier, sonst vielleicht Deckel ein bisschen abschrauben. Ne, nochmal. Nochmal rüber dann. Okay. Denk hier ein bisschen abschrauben. Oh, Leute. Los geht's. Nick. Ah! Fahr! Das war's. Ey, wir wollen wieder Fahrrad. Okay. Das war eine schöne Fontäne. Ja, okay. Kaputt. Die können wir nicht mehr abgeben. Kannst die mal abgeben, bitte? Die kommt so raus, wenn die zurückgegangen ist. Oh, also. Sieht gut aus? Ja, sie sieht super aus. Sag mal. Ihr habt's sowieso schon gesehen. Achso, okay. Ja, stimmt. Okay. Es wird langsam kalt. Also, wie gesagt, das war's jetzt hier von uns in dem Video. Lasst einen Daumen nach oben und dann vergesst nicht den Kanal kostenlos zu abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreiben wir nicht ab. Aber wir haben echt Spaß. Mit welchen Sachen müssen wir es nochmal machen? Es ist dunkel. Ich muss ins Berg. Gute nach Hause. Wir müssen jetzt nach Hause. Es wird dunkel. Es ist schon halb fünf. Ich muss sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Also als Video? Ja. Am besten unten drunter, weil es auf der Straße ist. Was? Tschau. Tschau.